hey internet und youtube zurück im glück bei meinem haus ich habe überlegt die sticks waren hier mit plywood mit dem hier stick komplett liefer gotten komplett liefer gotten okay was können wir noch machen ich brauche mehr ding wahrscheinlich mehr iron mehr 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 okay zwei noch cooking pot können wir machen wollen wir nicht feier ex wollen wir auch nicht machen pickaxe wollen wir machen halle luia oh yes okay halleluja okay machen wir noch eine fackel wie ein stick und einmal close okay ich habe vier mal kurz hier hat die pfiotika dings nehmen Touch Oh yeah Da haben sie schon wieder durchgegraben Wo? Oh mein Gott Woher? Woher? Okay Das ist absolut verrückt Das ist absolut verrückt Oh, sie machen das kaputt hier Na, hör auf damit Sonst stürzt sie alles ein Und dann bin ich im pöpö Schlag nicht dagegen Oh Gott Schlagen sie unterhalb dagegen Oh mein Gott Ich bin sowas von geliefert Wenn sie ihr unterhalb Dagegenschlagen Oh Jesus Christ Vorbereit was ich draufgehe Oh mein Gott Wo sind sie diesmal durchgebracht Wieder von der Seite Ne Und sagen wir so aus Es würde hier ein Loch sein Ich bin tot Ich bin sowas von tot Ich Okay Ich bilde mir ein Das wird immer mehr Jede Nacht wird es mehr Kann es sein? Kann es sein? Ich denke schon Oh Mann Es wäre noch sicher Jede Nacht Macht mehr Das gibt es doch gar nicht anders Okay Lass mich mal hier diese Kurze ausprobieren Wow Was habt ihr hier zerstört? Wie kommt ihr hier rauf? Oh danke für das Grab Metal Meine Güte du Das ist nicht gut Das ist alles gar nicht gut Schlangen sie hier dagegen Jetzt kamen sie von hinten Und nicht von vorn Meine Güte Aber ich habe nicht mehr lange Da muss ich mir ansehen Welches Oh mein Gott Jesus Christ Ich bin gar nicht hier Ihr seht mich nicht Ich bin nicht hier Ich mache die Augen zu Dann seht ihr mich nicht Und ich sehe sie nicht Warte Das war nicht Der Masterplan richtig Habe ich noch was zum Essen dabei? Ne Das ist alles unten Sexy Chicken No Again Again What I need is Time Time is on my side Okay man kann nur Ich werde mich jetzt gleich mal Nach unten graben Sobald es Tag ist Grabe ich mich nach unten Weil das ist ja die absolute Hölle I don't know what to do Kann ich mit der Pick Kann ich mit der Pick Okay das gibt dann auch gut Irgendwas heißt hier eingebrochen Mama Er ist viel kleiner geworden Für Zwerge Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Mir wird schlecht Wenn ich das nur ansehe Bin ja gar nicht hier Nein Ich will auch nichts weiter Eigentlich zerstören Weil sonst Könnte das ziemlich Ungemütlich werden Das will nicht Okay War ein Versuch wert Kann ich die dann einfach an die Wand Ja Einfach an die Wand anbringen Oder am Brett alles nieder Es wird alles niederbrennen Ich bin nicht hier Ich weiß nicht was ihr habt Ich weiß gar nicht was ihr habt 6.50 Meine Boah Das ist Brutal Lenski Ich komme jetzt nur zu der Seite raus Und hier sind tausend Tausend Zombies Ich hoffe die sind nicht hier oben schon No 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 Holy Mother Holy Jesus Christ Das war mein Haus Das war Mein Haus Oh mein Gott Oh mein Aber die ganzen Zombies sind drauf gegangen Also die meisten Die hier nicht Also nicht so gut Wow Oh man Gib mir Wow Mein Herz Okay Nun Haben wir das geklärt Wie das funktioniert Mit dem Wir haben nun gesehen Ich habe hier nur ein Die haben das schon so kaputt gemacht Okay Und die Frage ist Ist dieses Ding hier zerstört worden Die Box Wo ich die ganzen Waffen Und die Munition Eingetan habe Die stand hier Richtig Die ist natürlich Defekt Wow Okay Von wo kamen die rein Von hier hinten Hier haben sie alles Defekt Aber hier Was war denn hier Die kam doch von der Ne Ja Ja drei muss es auf jeden Fall hoch sein Nur die Sache ist Ganz schön kompliziert Ich wollte sowieso umdekorieren Gott Und das würde jetzt bedeuten Wieder alles Aufbauen Und das meinte ich damit Dass es verdammt mühsam ist Und jedes mal Alle Stellen wieder aufzubauen Und wenn das hier schon etwas defekt ist Brauchen sie dann nicht allzu lange Um das nächste wieder kaputt zu machen Okay Ich mache hier noch eine Reihe höher Was zum Henker Dann halt nicht Ich kann es auch so machen Ich brauche einen ruhigen Ort Um zu arbeiten Kann ich mich nicht konzentrieren Oh Gott Ich wollte auf keinen Fall runterfallen Wirklich nicht Das war nicht meine Absicht Aber ich kann es auch von hier Graben Äh Bauen Das ist überhaupt Kein Problem Okay Okay Perfektissima Wo ist meine Axt hier Mal sehen wie das jetzt Wie lange dauert es mein Freund Ist ja nicht so Jetzt hätte ich unbegrenzt Zeit Oder Wow 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 Oh mein Gott Was dort Ewig Wenn ich sage Ewig Dann Halleluja Dann meine ich ewig Okay Hier habe ich ja noch welche Wunderbar Ja dann halt nicht Oh ich brauche mindestens Ich muss genügend jetzt haben Um gleich zwei rein zu machen Schabernack Sonst habe ich ja wieder den gleichen Salat Nein Das ist not what I wanted Das dauert ewig Es ist elf Uhr Freunde Ich brauche ewig Die Zombies machen hier drei Schläge Und die Sache ist gegessen Oder was I don't think so Maybe Oh komm schon Kein Wunder Dass man das mit der Shotgun macht Die ich nicht habe Das ist ja echt mühsam Immerhin begleitet sich die Sache Ich bin jetzt völlig wurscht Ich habe nicht so viel Zeit Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Oh mein Gott Ich brauche eine Stunde Für das Ganz grandios Im nächsten Update Können die Zombies klettern Was mache ich dann Alles umsonst Ja Baus hier hin Niemand hat darum gebeten Niemand hat darum gebeten Wenn ich nicht hochspringen kann Können die es doch auch nicht Oder Kann ich von hier oben Ja Ja Okay Kann ja von hier oben was bauen Wunderbar Geh mir aus dem Weg Baum Ich schwöre dir Ich fäll dich Im wahrsten Sinne Also ich werde es ganz sicher machen Vielleicht geht es ja unten doch vom schnellsten Komm Mach hin Die Achse ist auch gleich weg Und ich habe dann kein Oh mein Gott Ich habe dann kein Eisen mehr Also ich brauche ganz viel Eisen Um ganz viel Äckste herzustellen Um dann zu buddeln Ha Le Oh mein Gott Habe ich was zum Essen? Ich habe doch hier Ham Komm Haben wir uns beruhigt Wunderbar Puh Komm ich hier rauf Aus tricksen Moment Okay Das bedeutet aber Die können es auch aus tricksen Oder Verdammt Bevor ich es abbaue Mache ich halt eins höher Einfach nur Konzentration jetzt Ich weiß ich habe viel zu wenig von dem Zeug Deswegen Shotgun Best thing ever In diesem Spiel Bauen und sein Haus Wie die Wie die Wie die Wie es mir gefällt Toll 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 Es ist viel zu wenig blutig Ok, ich habe keine Waffe mehr, richtig Das ist mit eingestürzt Ich flippe aus I'm flipping out again Ok, dann grüß ich hier Submachine gun, so sieht es nämlich aus Submachine gun, bist du 10mm oder 9mm? Irgendwas, was ich noch habe, vielleicht Wie komme ich Hier Hier ist mein Ausgang, wunderbar Ich sollte so eine Metalltüre bauen Genau, nochmal kurz testen, wie schnell geht es mit dem Maschinengewehr Nicht schlecht Ok, Submachine gun Ok, alles klar Alles klar Keine weiteren Fragen Keine weiteren Fragen, eure Ehren 104, sexy Moher, 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 gimme, moher, gimme, moher Okay, hold it up Weiter bauen Weiter bauen Und Konzentration jetzt Tappen nochmal Kein Quatsch Entschuldigung Ja, ich weiß, es waren jetzt drei, die ich jetzt nicht unbedingt wollte Damit ich nicht allzu viel Gleich verbrauche, bis es Abend wird Und ich habe wenigstens noch die eine Mauer fertig bekommen Habe ich hier unten was freigelassen jetzt? Das sieht mir fast so aus, hm? Komm schon, komm schon, komm schon Die Zeit läuft Ich bin nur beschäftigt Um mir hier meine Verteidigungslinie aufzufangen Um sie dann morgen Wieder aufzubauen Oh, da unten ist der Stein Ja, jetzt kann ich mit dem Ding das nicht wegtun, oder was? Ach, komm, oder? I don't Das ist doch Das ist doch Quatsch Verdammt nochmal Das kommt natürlich ungelegen, muss ich sagen Die zweite Linie Durchbrechen sie die zweite Linie Dann können sie wieder hochspringen, richtig? Du hast fast meinen Kühlschrank kaputt gemacht Das werde ich dir nie verzeihen Nein Sollst hier vorne rein Wunderbar Okay, perfekt Oh mein Gott Was ist denn hier? Was soll denn das? Ich will hier raufspringen Auf den Kühlschrank Das funktioniert aber nicht Okay, kein Problem Zumachen Ja, das ist mir Stützt das Vordach ein Was ich keinen Mensch braucht Kein Mensch braucht es Okay Wenn es dick Habe ich zu wenig von irgendwas Das ist nicht gut Trunk Dingsbums habe ich Okay Nehme ich noch die hier Zwölf von denen Was könnte das Wie könnten die hier am besten passen Das sieht interessant aus Für eine Festung YouTube Das sieht interessant aus Jetzt habe ich hier wieder nur die zwei Das bedeutet Die werden hier eins kaputt machen Und wieder hier hochstürmen Aber ist okay Ist okay Ich habe überhaupt kein Problem damit Ich mache hier wieder zu Perfektionistico Mit was? Das ist die andere Frage Geht mir mal kurz Ich werde das schon hier Verbarrikadieren So sieht es nämlich aus Wenigstens habe ich noch meine Schränke hier Vielleicht ist die auch Sozusagen unzerstörbar Wenn das Haus einstürzt I don't know Hatte ich nicht noch eine Leiter? Drei Stück Irgendwie Wartet Ah komm schon All right Songgleit Wir sehen uns im nächsten Part wieder Denn ansonsten nehme ich zu lange wieder auf Und dann geht es nicht Okay Dann werden wir das hier Nach der Zwangsdekoration umgestalten Das gefällt mir ganz gut Mit diesen riesigen Spikes Aber ich denke es ist noch immer viel zu niedrig Alles Und ich brauche viel mehr Holz Aber ich brauche Essen und Trinken nämlich auch noch Das ist das Problem Kaputt Mein Kühlschrank ist hier hinten Okay hier hatte ich ja noch Wasser drinnen Pänkchen Das habe ich noch Port Ah hier habe ich noch Ham Okay das sollte aber reichen für die Nacht zweimal essen Falls was passiert Oh die Submachine Gun Wartet wartet Submachine Gun in die Kiste rein Und hoffen dass nichts passiert Sicher ist sicher Falls ich draufgehe Wir sehen uns dann am Morgen wieder Denn ich Habe einfach zu viel Zu viel viel Angst Zu viel viel Angst Dann würde ich hier einfach oben stehen und warten Wie ein Feigling Exakt Ein Feigling Ein Feigling Ein Feigling Ah 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 Ein Dach will doch sowieso niemand oder Dann warten wir ab was passiert YouTube Danke fürs Zusehen Machts gut Tschüss